Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe hier zwei Smartplugs von G-Home Smart. Ich hatte dazu schon Videos gemacht, Unboxing, Hardware und so, aber die SSD-Karte hat sich verabschiedet, deswegen muss ich das jetzt nochmal neu aufnehmen, also deswegen nicht wundern, dass hier das schon offen ist. Ich habe schon, also die heißen, wie gesagt, jetzt heißen sie G-Home Smart, das ist aber ehemalig Großund und ich habe ja schon einige Sachen von Großund vorgestellt, die ich immer noch im Einsatz habe und immer noch mega zufrieden bin. Das werde ich euch jetzt hier auch alles zeigen, wir gucken uns die jetzt erstmal an, werden den anschließen und dann werde ich euch auch ein bisschen was zur App sagen und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. So, packen wir erstmal aus. Wir haben hier eine Anleitung mit bei, die ihr im Prinzip nicht braucht. Sag ich so, wie es ist? Alles selbsterklärend, alle kinderleicht, wir nehmen einfach einmal hier raus, so, den packe ich mal kurz hier beiseite, dass wir uns den mal angucken können. Wirklich, das sind die kleinsten Smart-Plugs, die ihr kennt. Also es gibt keinen kleineren Smart-Plug. Ich werde euch auch gleich nochmal zeigen. Hier ist nur so ein Schutz drauf, den machen wir mal ab. So. Das Einzige, was wir hier haben, wir haben einen winzig kleinen, den seht ihr hier wahrscheinlich kaum, Strom, also Power-Knopf. Ich werde euch mal ran zoomen, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Ja, wirklich einen winzig kleinen Power-Knopf haben wir hier. Da. CE und hast nicht gesehen. Hier ist Klarsicht, da leuchtet es auch. Die Steckdose, hier ist auch so ein Plastik drin. Ich weiß nicht, das kann man gescheinlich auch rausnehmen. Keine Ahnung. Jeweils ist ausgelegt auf 2500 Watt. Ich habe das Schild eigentlich drin, muss ich sagen. Auch bei meinen anderen Steckdosen habe ich das, also von Gosund habe ich das hier drin und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Also wir machen auch etwas, was sie sollen. So. Es ist wirklich gut verarbeitet. Ja, fest. Auch hier hinten, die Kontakte sind alles gut. Ich habe mit Gosund keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich habe, wie gesagt, den Vorgänger in Verwendung. Ich habe auch eine große Steckdose in Verwendung. Ich habe die Nachttischlampe, werdet da gleich in der App alles sehen, in Verwendung nichts zu bemängeln. So, aber jetzt werde ich euch erstmal das gute Zeigen von diesen. Ich habe mir jetzt einfach mal so einen Dreier-Stecker genommen. Also der ist jetzt nicht am Strom dran, ja. Also einfach nur, um euch das mal zu zeigen. Normale Dinger macht ihr hier rauf und dann habt ihr praktisch, die könnt ihr dann nicht mehr benutzen. Weil die normalen Plug-ins, die sind halt immer größer als die Steckdose. Ich habe jetzt gerade keinen Griff bereit. Hier, zack. Und zack. Ein bisschen Spannung ist hier drauf. Also ihr habt auch Steckdosen. Also hier, die sind eigentlich dicht zusammen. Aber, also ist jetzt nicht so wie bei anderen. Ihr seht da, hier ist noch ein Platz. Also Platz ist da ohne. Also nicht so wie andere, wo ihr dann halt hier praktisch die auslassen müsst. Ihr müsst halt nur mit dem Schalter aufpassen. Also guck mal, ich mache mit dem Schalter, mache ich jetzt zum Beispiel. So, dann ist der hier. Und dann kann man das hier so planen, dass der entweder genau da so ist. Oder halt, wenn ihr das so macht, ist der halt auf der anderen Seite. Ja, also so wie ihr das haben wollt. Ihr könnt natürlich auch jetzt auslassen. So, man könnte die so machen. Aber dafür sind sie ja da. Und dann habt ihr praktisch eine normale Steckdose. Und ihr könnt jetzt hier, könnt ihr jetzt drei davon reinmachen. Und ihr hättet drei, die ihr separat einzeln steuern könnt. Hoppala, Entschuldigung. Aber ich mache mal hier Pinnöpelchen wieder drauf. Mach die hier rein. Wir wollen uns die jetzt noch ein bisschen angucken. Wie gesagt, wir haben hier den kleinen Stromknopf. Also den Powerknopf. Wir haben hier CE-Prüfzeichen. Das U weiß ich nicht, wie was das steht. Nicht in die Mülltonne schmeißen. Hier haben wir dann noch die Beschriftung. Smart Plug, EP2, 10A bis 250V, 60, 50 bis 60 Hertz, 2500 Watt Maximum. WiFi-Frequenz ist 2,4 Gigahertz. Ja, die sind alle im 2,4 Gigahertz-Bereich, diese Smart Plugs. Und auch alle anderen Smart Home-Produkte. Ich habe jetzt noch nichts gefunden, was jetzt im größeren Bereich wäre. Ich muss jetzt erst mal mein Netz wechseln. Ich bin auf dem falschen. So, 2,4. So. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal das dazu. Und jetzt wollen wir das mal verbinden. Also wie gesagt, ich habe die GoSund-App ja schon drauf. Ich muss das mal so machen. Ich mache das mal hier am Rand, damit ihr das sehen könnt. Das ist diese hier mit dem G hier oben. Also, da oben die. Da ist die, ist das. Und dann nehmen wir uns einfach mal einen Strom. Steckdose. Ich mache die mal rein hier. Zack. So. Und hier, da ist es. Da seht ihr das, dass es jetzt so blau leuchtet. Blinkt. Da. Das heißt, die ist nirgendwo gekoppelt. Nirgendwo verbunden. Die wartet jetzt drauf, dass wir sie koppeln. Ich werde das mal, ich hoffe, ich muss das mal so halten, damit ihr das seht vielleicht am besten. So. Halt ich mal so fest. So. So, wir gehen dann in die GoSund-App rein. So. Das ist die GoSund-App. Bei mir ist es halt schwarz, weil ich mein Design auf schwarz habe. Also, hier ist schon eine. Also, im Prinzip ist, hier seht ihr das Bild von einer. Ich werde mal ran zoomen. So. Ein Smart Plug. Da habe ich das Bild gelassen. Hier sind noch LED-Leuchten. Die sind noch nicht an. Und hier unten, das ist auch ein Smart Plug. Da habe ich aber das Bild von dem Playstation-Controller. da dran. Da kann ich euch das mal zeigen. Der jetzt gerade offline ist. Aber passt mal auf. Alexa. TV-Steckdose an. So. Und wenn ich jetzt da raufgehe, dann hat er Strom. Also, ich könnte ihn jetzt an und aus machen. Aus. An. Der ist aber so, der geht automatisch immer an, wenn die TV-Steckdose angeht. Aber ich könnte ihn halt separat auch ausschalten. Das ist unter... Hier oben. Hier können wir den Namen, Info zum Gerät. Und hier seht ihr dann praktisch die MAC-Adresse, die IP-Adresse. Und das ist ein ganz normaler Smart Plug. Aber ich habe halt hier praktisch das Bild durch ein Playstation-Bild getauscht. Da, durch ein Playstation-Bild getauscht. Also von der Controller-Ladestation. Und habe das PS5-Ladestation genannt. Und dadurch kann ich das halt dann mit A-Punkt separat steuern. Und wenn ich natürlich die TV-Steckdose, die auch über den Smart Plug gesteuert ist, aus habe, logischerweise, dann funkt der nicht. Aber da ist es... Weil da ist ja kein Strom da. So, und dann habe ich hier auch noch die große Steckdosenleiste und die Nachttischlampe. Die Nachttischlampe, Leute. Das ist ein Geheimtipp von mir. Also die ist mega geil. Kann ich euch nur sagen. Die könnt ihr separat an- und ausschalten. Mal abgesehen jetzt davon. Das muss einfach sein. Die muss ich ein bisschen loben, weil die geil ist. Und ich liebe die. Ihr könnt die Farbe einstellen. Oder wenn ihr auf den Tisch kaut, dann geht die an. Ihr könnt nur sagen, Nachttischlampe an, Nachttischlampe aus. Alle Farben. Voll geil. Die ist super. Ich liebe das Teil. Aber davon mal abgesehen. Alleine, weil man... Ich brauche halt nicht mal ein Kommando hier. Ich brauche einfach nur auf den Tisch kloppen. Also ich kann auf die Lampe kloppen, aber auch nur auf den Tisch. Durch die Vibration geht die an oder aus. Je nachdem, was gerade ist. Aber egal. So. Wir gehen jetzt hier rauf. Also hier oben. Auf das Pluszeichen. Ihr müsst euch natürlich vorher anmelden. In der GoSund App. Also ein Konto erstellen. Hier sagt er mir jetzt zum Beispiel schon meine Fritzbox. Also meine heißt Fritzbox 4,2 GHz. Da bin ich verbunden auch mit. Und wir nehmen jetzt hier einfach die Steckdose. Ach, hier hat er schon jemand erkannt. Seht ihr mal? Geräterkennung hinzufügen. So. Da hat er den jetzt schon gefunden und ist schon verbunden. Ich brauche da nicht mal was machen. Zack. Und da haben wir den da oben. So. Und als Beweis, dass es wirklich so einfach ist. Nehmen wir halt die nächsten. Ach nee, der war ja schon mal verbunden. Der müsste jetzt schon mal verbunden gewesen sein. Oder? Den hätte ich doch rausgelöscht eigentlich. Jetzt leuchtet er blau. So. Und wir gehen wieder auf neues Gerät. Er arbeitet gerade. Oder hat es gerade erkannt, dass er doch wieder... Ja, da ist er jetzt wieder. Hier. Schon haben wir zwei Geräte drin. Also Nummer drei jetzt sozusagen. Bei denen hatte ich im ersten Video schon verbunden. und dann halt rausgelöscht. Also einfach so. Zeige ich euch. Dann geht ihr oben auf Einstellungen. Gerät entfernen. Mit allen Daten löschen. Ja. Schon ist der Gerät raus. Hier leuchtet es gleich wieder blau. Er springt hier gleich wieder um. Da. Und es sagt halt praktisch, ich bin leer. Ich bin keinem Netzwerk zugebucht. Du kannst mich dazu buchen. Dann einfach so. Oder halt, ihr macht es jetzt so, wie ich es euch zeige. Da muss ich mich beeilen, ehe die verbunden sind. So, da rauf. Und dann seht ihr das hier schon mit den Einstellungen. Wenn es halt nicht blinken sollte, was man drücken soll, also fünf Sekunden, damit es dann halt so blinkt und hast nicht gesehen, dann müsst ihr sagen, ja, es macht es. Und dann sucht ihr jetzt hier. Brauchen wir nicht. Ist Quatsch. Wir warten einfach hier, bis der wieder verbunden ist. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben einen verbundenen. Da brauchen wir jetzt hier nicht den noch verbinden. Sonst mache ich mir nur die App halt wieder voll. Mit vollen Geräten, die ich nicht habe. So. Und zwar, wir haben jetzt hier oben den New. Ich kann den jetzt in der App hier an- und ausschalten. Wir wollen den jetzt aber mal umbenennen. Symbol können wir auch ändern, wenn wir wollen. Das habe ich euch ja gezeigt. Wir wollen ihn aber jetzt einfach mal umbenennen. Ich mache einfach mal G-Home. G-Home. Speichern. Ich könnte jetzt G-Home Smart machen oder G-Home Smart. Aber nee, lieber nicht. Da hat Alexa wieder Probleme mit. Machen wir ja nicht. Machen wir was anderes. Machen wir. Machen wir. Odin's Tests. Speichern. Moment. Ja, ich muss noch mal kurz unterbrechen. Die große. Wollte was. Wir haben die Steckdose hier jetzt einfach mal umbenannt. Soweit sind wir. Wir haben die jetzt in Odin's Tests benannt. Und jetzt zeige ich euch was. Wenn ihr praktisch, ich habe es ja schon gemacht, das dann mit Alexa steuern wollt. Das ist Alexa. Also die. Ja, also. Wird noch öfters fallen. Macht eure mal kurz mute, wenn ihr so braucht. Ich muss euch da ja noch was zeigen. So. Und wir gehen jetzt einfach mal. Wo habe ich denn die Skills hier? Skills und Spiele. Hier sind meine Skills. Skills und Spiele. Ihre Skills. Ihr braucht um praktisch, nicht nur die App. Die App braucht dafür Tandy. Aber wenn ihr dann praktisch auch mit A-Punkt kommunizieren wollt und halt den Smart Plug anmachen wollt. Ja, mir wird wieder nicht alles angezeigt hier. So, jetzt aber. So, und da sind jetzt meine. Und hier irgendwo ist die Osund-App. Also nicht App. Da. Da ist dann auch dieses Symbol mit dem Häuschen. Ich zoome euch mal kurz ran, damit ihr das sehen könnt. Das ist halt. Braucht einfach nur Go-Sund. Und ich habe die ja natürlich schon verbunden. Steht ihr hier schon da. Und Skills deaktivieren könnte ich jetzt noch. Bei euch steht dann natürlich, wenn ihr den Skills sucht, koppeln. Und dann müsst ihr koppeln. Das ist ganz leicht. Ja, dann müsst ihr mit dem Benutzerkonto. Ja, sind ein paar Bewertungen. Warum hier ein paar schlechte. Warum hier oben gleich so zwei schlechte. Keine Ahnung. Hab ich noch nicht durchgelesen. Ich bin damit sehr zufrieden. Also in der App macht ihr euch ein Benutzerkonto. Und den müsst ihr dann hier im Skills, wenn ihr sagt, den wollen wir aktivieren, sagt dann, nötig mit dem Benutzerkonto an, müsst ihr da E-Mail-Adresse, Passwort eingeben. Wenn es jetzt noch so ist, kann es sein, dass es jetzt anders verbunden wird. Also so war damals. Ich habe ja schon eine ganze Weile meine Go-Sund-App. Aber jetzt will ich euch mal zeigen. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur hier oben benannt und habe den Skill drauf. Das A-Wort wird jetzt öfters fallen. Alexa, Odins Tests an. Alexa, Odins Tests aus. Natürlich können wir auch dann weiterhin mit dem Knopf an und aus machen. Das ist alles kein Problem. So, jetzt gehen wir hier rauf. Auch mit dem Schalter logischerweise kein Problem. So, wir haben hier unten Power an und aus. Das ist genau das gleiche, wie ihr seht. So, wir lassen das jetzt mal an. So, hinzufügen. Hier können wir jetzt Timer hinzufügen, wann die Steckdose angehen soll, wann sie aussehen soll. Wir haben auch einen Countdown. Wir setzen den mal kurz auf eine Minute. Damit ich euch zeigen kann, dass es auch funktioniert. So, wie gesagt, eine Minute. Wir sind an. Also in einer Minute soll sie ausgehen. Immer das Gegenteil von dem, was gerade dran ist. Wenn ihr es jetzt aus habt und auf Countdown geht und dann halt einstellt, was weiß ich, acht Stunden, drei Stunden, was weiß ich, dann geht die in drei Stunden oder acht Stunden, je nachdem, was sie macht, geht die dann an. Wenn sie aus ist. Wenn sie an ist, geht sie dann halt logischerweise aus. Ihr versteht. So, dann haben wir hier. Gehen dann natürlich, ja, sehen wir jetzt natürlich nicht so viel, weil die ist ja neu. Aber ich zeige euch das gleich anhand meiner alten. dass das funktioniert. Also ihr könnt auch ruhig verfolgen und was weiß ich alles. So. Und hier haben wir Setting. Passt da bitte auf. Hier bei dem Punkt Setting, hier unten. Da. Da ist nur ein Punkt. Clear Power Data. Das heißt, das Einzige, was da ist, das hier wird alles gecleared. Ach, ihr seht, da ist aus. Die Minute ist abgelaufen. Das wird alles gecleared. Mehr macht das nicht. Wenn ihr die Daten sammeln wollt, ist es ungünstig, die Daten zu clean. So. Seht ihr, ist aus. Manchmal reagiert da halt nicht so schnell. Ne, das ist ja die Lampe. Und wo war das? Da. Das ist der Smart Plug TV Steckdose. Den habe ich jetzt Mai 2021. Also praktisch, hier seht ihr 2021. Also das ist alles drunter. 2021. Das ist alles 2022. Hier steht halt 22. Hier ist 23. Das sind die vier Monate von 23, die wir jetzt haben. Wir wollen ganz nach unten gehen. Und hier seht ihr praktisch, was er denn halt jeweils gefressen hat an Kilowatt. Das ist noch mit 8,5 Watt. Das ist noch gar nichts. Wir kommen noch weiter oben. Wo die, ich hatte den. War der schon immer Playstation? Ne, TV? Der war schon immer TV, glaube ich. Aber warum war es denn der Kommung kam der so hoch? Was hatte ich denn da dran? Damals, was so viel Strom gefressen hat. Hatte ich die Playstation, glaube ich, direkt dran? Ich weiß es gar nicht genau. Hier ist es nicht. Also die Steckdose war es nicht. Die TV-Steckdose, ja, das höchstwertig da, hatte es 9,96 Kilowattstunden. Das war vorher im Monat. Sonst so 7, also 7,5, 7,3, 6,3, 7,9, ja, 9,2, aber sonst ist hier eigentlich hier 5,5 Kilowattstunden. Das ist alles ganz easy. Also, für den ganzen Monat. Also nicht für den Tag, für den ganzen Monat. Das ist dann immer. So, aber hier war es, glaube ich. So, das ist die große Steckdose von Gosund, also praktisch die 3er-Steckdose. 1, 2, 3, plus USB. Seht ihr das? Und zwar, ihr wundert euch bestimmt über die Namen, Schrank, Boxen, Sofa, Sofa, USB. Kann ich euch erklären? Diese Steckdose ist praktisch dort in der Ecke. Die funktioniert praktisch bei mir als Hauptsteckdose zum Verteilen. Das heißt, Schrank ist Schrank. Ist hier praktisch der Schrank, der hier, den ihr im Stream auch seht, genau vor mir. Und wenn ich den ausmache, ist dunkel. So, jetzt muss ich erstmal die Lampe wieder anmachen. Boxen, Sofa, also das praktisch, da ist ein 6er-Verteiler dran, also von Kabel direkt, so ein 6er-Stecker ist da dran und da hängen praktisch meine 2 LED-Streifen dran und das war, ach nee, Quatsch, 2 LED-Streifen hängen dran, ein Stecker, der dann halt um den Schrank geht, wo dann halt die Lampe dran ist und, achso, ja, und dann noch ein Wandadapter eigentlich, beziehungsweise hier, weil das ist mit der USB, der ist praktisch so bei der großen Steckdose und der hätte dann da sein müssen, deswegen ein Wandadapter ist da denn noch dran, der hat, da sind dann praktisch meine Playstation-Lampe und da ist noch ein Adapterverteiler dran, da ist die Playstation-Lampe, die Wikinger-Lampe und halt den Controller, hab ich ja alles auf den Schrank aufgestellt, das ist das. Boxen-Sofa, das ist dann halt ein einzelner Verteiler, der dann nochmal hinterm Sofa lang geht, also hinterm Schrank lang geht bis zum Sofa und da hängen nur die beiden Bluetooth-Boxen dran, die zur Soundbar gehören. Mehr hängt da nicht dran, das ist das Einzige, was da dran ist und das habe ich auch so gemacht bei den Richtlinien von A-Punkt, dass wenn ich jetzt sage, TV-Steckdose an, beziehungsweise Feiertiv an, wenn ich das richtige Wort sage, dann geht praktisch die Steckdose TV-Steckdose, die Steckdose Boxen-Sofa, also nur diese an und dann geht der Fernseher an, Feiertiv und dann ist alles bereit. Also darf ich nicht vergessen, die muss, wenn ich einfach mal nur so anmache, sage TV-Steckdose an oder so und mir das alles einstelle, dass ich halt Boxen-Sofa immer separat anscheite. Das darf man dann halt nicht vergessen, logischerweise. Sofa, da ist auch noch mal eine Verteiler-Steckdose dran, aber die beiden fressen nicht viel und an dieser Verteiler-Steckdose sind zwei LEDs, einmal die in der LED-Streifen oben bei meinen Bildern, oben um das Bild rum meine ich und einmal oben bei den Figuren, dann ist ein dritter LED am USB dran, der ist unterm Sofa, um das zu beleuchten und zwei Sofalampen sind dran und meine Ladestation für das Handy praktisch, das ist das einzige, was dran ist und das geht alles vom Gesamtkonzept her, weil ich komme mit allen Geräten, also erstmal komme ich pro Steckdose mit den Geräten, die ich da an dem Verteiler dran habe, nicht auf die maximale Last der Steckdose an sich, nicht mal auf die Last, die ein so ein Ding, das steht nämlich halt auf der Rückseite der Steckdose, verkraftet, da bin ich weit, weit drunter und wenn man, selbst wenn man alles zusammenzählt, komme ich nicht mal auf die Gesamtlast der Steckdose, also alles im grünen Bereich, mein Onkel ist Elektriker, der hat mir da geholfen und hat mir da ein paar Tipps und Tricks gesagt, was man beachten soll und wie das funktioniert, dass man halt verschiedene Räte so steuern kann. aber egal. So, und hier haben wir denn, dass ihr versteht, wie das zusammenhängt, dass da halt mehrere Steckdosen zusammenhängt, halt praktisch. Und da haben wir natürlich hier ein paar Ausreißer, hier zum Beispiel im September, da sind wir bei 142 Kilo-Stunden. Im September, da hatte ich die Soundbar noch nicht, da war eigentlich nur hier praktisch an und das Licht, da habe ich aber viele Videos gedreht und dadurch ist halt die Lampe angewiesen und die saugt dann natürlich dementsprechend Strom. Oder hier mit 118. Was hatte ich denn da an? War da irgendwas Neues an? Nö. Achso, da hatte ich den Laptop am, 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 am. Aber man sieht halt immer ganz genau, wenn, wenn ich viele Videos drehe, hier bin ich bei 96, 50, das ist dann immer, oder Standard ist ja hier so 11, wenn ich nichts mache. Obwohl, im Dezember dürfte hier sollte mehr gewesen sein. Ja, also hier seht ihr das ja, äh, dann ist es ruhiger, aber wenn ich dann halt hier mein Licht anhabe und alles mögliche, dann bin ich ja ruckzuck mal bei 100, obwohl ich das jetzt gut verteilt habe. Ach nee, das war noch die alte Lampe, genau. Das war ja die alte Lampe, die so fett Strom gefressen hat, wo die so hochgegangen ist auf einmal und dann habe ich die ja ausgetauscht. Genau, und hier bin ich ja dann wieder runtergegangen, genau. Das war noch so mit so Halogenbirnen und so eine Schoten. Ah, das war mir zu teuer. Und jetzt seht ihr ja, hier bin ich auch immer, unter 10 Kilowatt, ne, mal über 10 Kilowatt, aber es geht und das läuft dann. Und dann kann ich mir praktisch bis 2021, 2020 kann ich hier zurückgehen, bei der Steckdose. November, Dezember 2020, hier ist 21, hier ist 22 und hier ist dann 23. Ja, also das ist so saugeil. Könnt ihr alles überwachen. Aber wir gehen mal zu unserer kleinen Steckdose zurück. Wie gesagt, ich hatte euch ja jetzt zeigt, sie ist aus. Bedienung von, 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 ähm, von der App ist super. Alles intuitiv, alles leicht. Wir haben hier unten die Buttons, wir haben hier einen dicken, fetten Button zum An- und Ausmachen. Wir haben hier dann das noch, ja, hier Gruppeneinstellung, hier können wir dann halt sagen, dass wir das irgendeiner Gruppe hinzufügen wollen. Hier haben wir FAQ und Rückmeldung. Hier, das ist noch vielleicht für eine, äh, für den einen oder anderen interessant zum Startbildschirm hinzufügen. dann haben wir jetzt hier eine, eine, kriegen wir hier eine Meldung und, äh, ich sag, mach, mach ich, würde ich haben. So. Und dann geht's natürlich ganz hinten sittern. So, dann kriegt ihr hier so einen einzelnen, sieht aus wie eine App, ist aber praktisch das Symbol, was ihr da habt, äh, mit dem Smart Plug. Leider, der Hintergrund weiß, hätte ich mir durchsichtig gewünscht oder so, vielleicht ist das ja noch in späterer Zeit machbar, dass das dann durchsichtig ist und nur der Smart Plug zu sehen ist, ja, oder dass denn bei sowas halt, dass das schwarz ist und der Smart Plug vorgehoben ist oder so, weil, äh, ein weißer Smart Plug auf weißem Hintergrund sieht man dementsprechend schlecht. Aber egal. So, ihr seht jetzt, da ist es aus, ja, wir kommen da direkt hin und können an und aus machen. Ja, einfach hier, zack, ihr braucht nicht großartig über die App, ihr kommt so direkt dahin und könntet dann einfach ganz normal auch wieder entfernen. So. Ähm, wenn ihr auf der App so im Großen und Ganzen seid, so, dann geht ihr auf mich. Dann haben wir hier Blitzangebote, also wenn hier Dings sind und hier habt ihr dann auch mit Alexa Koppeln und so teilen. Ihr könnt dann dann teilen und hier oben habt ihr Einstellungen. Den Koffer sieht man halt vernünftig. Ach so, habt ihr, habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich hab jetzt rauszusoomen natürlich. Hier habt ihr ein Blitzangebote und hier dann teilen. Dann habt ihr hier FAQ, Feedback, Kundensupport. So, dann habt ihr hier Scannen. Dann könnt ihr dann QR-Code scannen. So, dann habt ihr da oben. Das ist halt, war auch bei den älteren Modellen, war dann halt so ein QR-Code mit bei, um die App zu bekommen. Und viele haben ja einige, oder jetzt mittlerweile ist ja Standard, dass ein QR-Code Leseteil im Handy drin ist. Aber manche Hersteller machen ja kein QR-Code mit rein. Also ins Handy, ins Smartphone. Und da ist dann halt hier so ein QR-Code mit eingebaut. So, den drehen wir jetzt einfach mal an. Moment. Hab mich verdrückt. Und dann kommt ihr zu so einem QR-Code und dann könnt ihr dann einfach und dann können wir sagen, jo, schon gefunden. Ich hab jetzt einfach mal den GoSend Heft genommen und dann kommt ihr praktisch zu den Video-Anleitungen von GoSend. Früher war da mal die App, glaube ich, drin. So, dann haben wir hier oben noch persönliche Informationen kann ich euch jetzt nicht zeigen. Konton und Sicherheit. Werbeeinstellung. Hier könnt ihr dann halt sagen, was euch angezeigt werden wollen. Ich will natürlich alles. Wir wissen, wenn was ist. Benachrichtigung. Weg hoch über alles. Benachrichtigt werden. Also Benachrichtigung heißt jetzt Alarm. Oder wenn mit der Familie oder Bekanntmachung und sowas ist. Alarm heißt Alarm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was weiß ich, du gehst 20 Uhr an und um 21 Uhr aus, kann man das auch so einstellen, dass man dann benachrichtigt wird. Ja, das nennt sich dann, es steht dann bei Alarm hier mit drin, wird man dann halt benachrichtigt. Nicht stören. Kann man denn einstellen, wobei die Alarmzeit ist und dann täglich und dann geht es aus oder an und oder achtet, da ist so viel Zeug drin. Bitte nicht stören. Zeit. So, dann können wir ich zeige euch das mal. Nicht stören, Gerät. Dann wählt der praktisch das Gerät jetzt hier aus. Odin. Odin heißt mein Profil logischerweise. Dann könnt ihr jetzt hier ein Gerät auswählen. Ich wähle natürlich jetzt die Steckdose hier, also den Smart Plug, den wir jetzt gemacht haben. Wir können natürlich alle Geräte auswählen. So. Und gehen zurück. So. Aber können wir nochmal überprüfen. Wir haben den Smart Plug aktiviert. Also, ja, also, ihr kriegt da jetzt nicht nochmal ein Feedback oder so, das ist dann da drin. Wiederholvorgang täglich. Was haben wir jetzt? 19,33. Wir sagen jetzt einfach mal. 19,34 bis jetzt nicht einfach umspringen. Er war später gern. 19,35. So. Speichern. So. Und schon haben wir hier. Bitte nicht stören, können wir auch anmachen. Aber wir lassen das jetzt einfach mal an. Ich mach das mal so rum, damit ihr das auch seht, dass da was passiert. So. Jetzt wird hier halt in der Zeit, hier geht nicht an oder aus. Und da seht ihr das halt. Das wird halt nur, dass die Benachrichtigungen hier stumm geschalten werden. Ja, bitte nicht stören, kann man auch anmachen. Zeitplan hinzufügen. Das heißt, praktisch ihr bekommt von dem Gerät keine Nachricht, wenn was ist. Abbrechen. Ich wollte den jetzt eigentlich hier noch ja eine löschen. So, da haben wir die löscht. Es hält, wenn man abends dann halt keine Benachrichtigung haben will. Familie Benachrichtigung. Aber das benutze ich alles gar nicht, ehrlich gesagt. Begrüßungsaktionen kann man hier noch machen. Habe ich bei mir aus. Temperatur Celsius. Hier haben wir den, was man nutzen kann. Standortkamera, bla bla bla. Und Netzwerk und welche Version. Ja, wir sind jetzt bei Version 5.1.0. Auf Aktualisierung überprüfen. Neueste Version ist drauf. Hier können wir uns dann abmelden. Wollen wir natürlich nicht. Ja, und Sprache und Dienst. Hier ist dann halt Alexa und Google Assistance drin. Früher war hier noch ein anderer Anbieter drin. So ein japanischer oder chinesischer aber fragt mich jetzt nicht, wie der gerade hieß. Da waren jeweils drei Anbieter drin. Das weiß ich. Bei Blitzangebote, wie gesagt, hatte ich ja schon gezeigt. Da sind dann halt, wenn sie irgendwelche Aktionen haben, jetzt macht er meine dicken Pfoten wieder nicht. Und schon sind wir wieder drin. Ja, dann haben wir hier noch Szenen, die wir erstellen können. Dann haben wir hier Geschäft. Da könnt ihr dann kaufen. Hier zum Beispiel zwölf Stück für, äh, vier Stück für zwölf Euro gerade. Also zwölf 99 oder die großen. Hier bei den größeren ist hier, bei denen hier, da ist dann zum Beispiel oben auch ein USB dran. Also praktisch hier hinten habt ihr praktisch nicht nur einen Stecker, sondern auch USB. Oder hier so ein Doppel. So einen habe ich aber noch nicht gehabt. Ich habe aber, die habe ich hier zum Beispiel und die hier, die werde ich aber nicht hinterm, hinterm Monitor machen. Die kommt bei mir am PC-Tisch ran oder beziehungsweise bin ich am überlegen, ob ich es um mein Bild rum mache und dann habe ich die ja noch. Schade, dass sie hier nicht mehr ist. Smart Sensor. Null Produkte. Schade, dass sie die Lampe nicht mehr mit bei haben. Ich hätte die euch gerne mal gezeigt. Überwachungskamera. Deswegen halt auch mit der, mit der, mit dem Pause machen oder so, dass man halt da bestimmte Zeiten keine Nachrichten bekommt. Dann kann man, macht man natürlich die Zeit, wo man in der Firma ist. Frühlich um 8 bis um, bis um 16 Uhr. Da ist immer einer in der Firma, da braucht man halt keine Benachrichtigung, wenn, wenn da irgendwo Kamera 5 irgendwie da durchläuft. und das funktioniert. Das habe ich mit anderen Geräten alle schon getestet. Also da seid ihr auf der sicheren Seite. Wie gesagt, ich habe die jetzt hier schon länger im Einsatz ohne irgendwelche Probleme. Also jetzt nicht gerade die, aber die Vorgängermodelle habe ich schon ewig im Einsatz. Also ihr seht ja, seit über zweieinhalb Jahren benutze ich die Goos und Sachen. Bin damit sehr zufrieden. Die habe ich nie im Stich gelassen. Also wie gesagt, ich kann sie echt nur empfehlen. Ich versuche gerade hier irgendwie halbwegs wieder in den Karton zu kriegen. Aber irgendwie will er hier gerade nicht. Wie gesagt, ich habe diese jetzt seit über zwei Jahren benutze ich Goos und beziehungsweise G-Home Smart Produkte und die haben mich noch nicht im Stich gelassen. Bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Kann man nun nicht anders sagen. Was soll ich denn jetzt sagen? Und vor allem die Kleen sind total geil. Weil da könnt ihr auch an eine Mehrfachsteckdose mehrere ran machen. Die sind Kleen, schnucklig. Und ich hätte auch damals, muss ich auch sagen, ich hatte auch damals die Befürchtung und die Angst, weil die ja so klein sind, dass die WLAN-Antenne, die da drin ist, nicht die Power hat, um bis zu meinem Router zu kommen. Beziehungsweise die größeren, wenn du die anguckst, denkst du, Mensch, die haben Platz. Die haben eine gute Antenne. Die haben mich noch nie im Stich gelassen, ehrlich gesagt. Ich hatte von Technik welche, die sind viel größer, da ist mir ständig die Verbindung abgekackt. Da habe ich immer Verbindung mit denen. Also ich habe größere Steckdosen, die verhäuft, Verbindungsabbrüche haben, wo ich bei G-Home Smart sagen muss, top, top, keine Verbindungsabbrüche, immer gelaufen, immer einwandfrei. So. Nichtsdestotrotz soll es jetzt soweit gewesen sein. Ihr Koffer hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären, Träumchen wären, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Odin.